Musik Es klopft Bavania in der Nacht. Musik In einer kalten Winternacht bittet ein frierender Hase um Zuflucht. Musik Denn aus dem Schlaf gerissene Vania bittet den erfrorenen Hasen herein und heist den Ofen ein. Musik Der Fuchs kommt auch vorbei und er möchte auch bei Vania übernachten. Musik Auch den Bären lässt Vania bei ihm verschnaufen. Musik Die Tiere versprechen Vania untereinander, Frieden zu halten. Musik Am frühen Morgen flüchten Hase, Fuchs und Bär nacheinander zurück in den Wald. Musik Der Vania denkbar aufwachen zuerst. Er hatte alles nur geträumt. Musik Bis er Spure im Schnee für sein Hotel sieht. Musik Er lacht und sagt, wir haben wirklich diese Nacht gemeinsam Frieden zugebracht. Musik Was eigentlich nicht nur alles macht. Musik Musik Er hat sich die Nacht. Musik Er hat sich die Nacht. Musik Er hat sich die Nacht. Musik Untertitelung des ZDF, 2020